Die Erhöhung der Verteidigungsausgaben in den letzten zehn Jahren entspricht knapp 15 Milliarden. Die weitere Erhöhung, die jetzt pro Jahr kommen soll, die entspricht auch nochmal ziemlich genau dem, was das 9-Euro-Ticket pro Jahr kosten würde. Und dazu kommt nochmal ein Sondervermögen Bundeswehr, was auch so groß ist wie 10 9-Euro-Tickets ganzjährig. Also das sind die Dimensionen, die wir sprechen. Einfach nur der eine Postenverteidigungshaushalt, wie der aufgestockt wird, macht ein viel, 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 vielfaches von so einem 9-Euro-Ticket aus.